Projekt Exchange gibt es jetzt seit sechs Jahren und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich von Anfang an dabei sein durfte. Projekt Exchange ist für mich irgendwie so ein Baby, das heranwächst und das ich begleiten darf. Wir haben klein angefangen mit wenigen Botschaftern, mittlerweile sind es über 300. Und sie sind eigentlich das zentrale Element, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, die dieses Projekt so wertvoll machen. In diesem Projekt geht es für mich einfach um Begegnung auf einer emotionalen Ebene. Es gibt so viele tolle Menschen, die aus so vielen verschiedenen Ländern kommen und sich einbringen wollen in Österreich, die zeigen wollen, dass das auch ihr Land ist, dass das ein Land ist, für das sie sich einsetzen wollen. Und gleichzeitig sind sie zusätzlich noch Menschen, die motivieren können, die anhand ihrer eigenen Biografien zeigen können, dass man es in Österreich schaffen kann, dass man sich etwas aufbauen kann. Und das Schöne ist, dass wir immer wieder sehr viele positive Reaktionen von Schülerinnen und von Lehrerinnen bekommen und sehen, dass auch wenn es nur ein kurzer Besuch ist, auch wenn es manchmal nur zwei Stunden Workshop sind, dass diese Begegnungen etwas in dem Leben dieser jungen Menschen verändern können. Und ein schöneres Geschenk könnten wir eigentlich nicht bekommen. Und das Schöne ist, dass sie ein Begegnungen haben.